So, jetzt testen wir den schauerlichen Teufelsturm von Veko. Da steht es mit Überraschung und die Überraschung ist, tata, der Turm entfaltet sich am Ende des Effekts. Der Turm entsteht. Ganz witzig, das ist so wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Kinderfeuerwerk. Witzige Idee, aber für 3 Euro, naja. Das ist also der schauerliche Teufelsturm. Da schrecklich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017